So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ram, es ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eigentlich war was anderes für heute geplant, denn ich habe ja das Ticket von Tote Oma bekommen, habe da die Forschung gemacht von der Fashion Week, habe da noch ein paar Dragoran-Sachen mit reingearbeitet, war heute auch aktuell in Suhl unterwegs, wir mussten frühst direkt nach Suhl, habe da noch ein Mega-Kangama-Raid gemacht, ein bisschen was von Suhl gezeigt, ein paar Suhler Ecken, kleine Shopping-Tour, sagen wir mal so. So, das beides ist aber jetzt erstmal uninteressant, weil gestern Abend wurde schon wieder das nächste Event angekündigt und gestern gab es noch keinen Blog-Post dazu, da gab es nur eine Grafik, die wollte ich nicht einfach teilen, ich wollte warten, bis der Post da ist und mich wieder auf den Post beziehen, deswegen machen wir heute das Infovideo, dann habt ihr trotzdem für Samstag, Sonntag, aber schon auch zwei andere Videos und nochmal zehn andere Videos und oh mein Gott, es gibt ja eh immerzu was anderes. Feiert mit Teamplay und Pokémon aus der Paldea-Region. Was ist das denn schon wieder? Das Teamplay-Feature wurde ja letztens eingeführt, ich muss sagen, das kommt bei uns relativ oft zum Einsatz. Wenn ich jetzt mit Pupsi mal unterwegs bin, sage ich immer, wollen wir ein Team machen. Wir machen meistens, wenn wir irgendwo auf dem Weg sind, ein Raid zu machen, vor dem Raid eine Aufgabe und nach dem Raid eine Aufgabe, sodass man für diese Spezialforschung, die es auch mit dem Teamplay auf sich hat, jeden Tag mindestens zwei Nenner weiterkommen. Die Aufgaben werden ja auch immer schwieriger, immer länger. Am Anfang sagen sie noch, lauf zwei Kilometer, also wenn ihr jetzt zwei seid, muss jeder einen Kilometer laufen und dann heißt es plötzlich, lauf sieben Kilometer und so Zeug oder fangen 25 Pokémon, dann plötzlich fangen 50 Pokémon, fangen 70 Pokémon oder fangen 100 Pokémon in Hyperbällen und das wird auf jeden Fall immer brutaler. Aus der Community helfen da auch viele Leute immer mit, die dann vor Ort bei den Raids mit dabei sind. Linus macht auch immer ganz viel, das finde ich auch immer sehr schön, danke Linus dafür. Sarina ist immer oft dabei, Schneider ist dabei, der Pfirsich ist... Oh mein Gott, Thomas, wir dürfen den Thomas nicht auf den Tisch hauen, der Hals ist doch kaputt. Thomas! Ja, der Pfirsich auch, genau. Jetzt gibt es ein Event nochmal rund um Teamplay zu feiern, generell. Sehr cool, wie die Schwarze mit dem Gelben ein gelbes und so hat, das finde ich cool. Trainer, die Jahreszeit reichlich Abenteuer neigt sich dem Ende zu, deshalb veranstalten wir ein letztes Event rund um Teamplay und die Pokémon aus der Paldea-Region, die während der Jahreszeit ihr Debüt gegeben haben. Lasst die Party beginnen. Teamarbeit von Mittwoch, den 22. November, 10 Uhr, bis Montag, den 27. November, 20 Uhr. Lasst die Party mit Teamplay überall steigen. Trommelt eure Freunde fürs Event Teamarbeit zusammen. Beim Teamplay können vier Trainer ab Level 15 sich zusammenschließen und gemeinsam Abenteuer erleben. Ihr seht die Avatare eurer Freunde auf der Karte im Spiel, könnt Teamherausforderungen meistern und die Teampower zu euren Gunsten nutzen. Die Teampower macht sich ja in den Raids bemerkbar. Aber der Fakt, dass da vier Männchen rumhüpfen auf der Karte, ist eigentlich auch cool. Wer hätte das vor Jahren schon gedacht, dass das so geht? Mittlerweile finde ich es schön, gerade wenn die anderen dann wieder ausgeschieden sind und du fährst auf der Autobahn mit 160 und siehst auf deinem Handy vorne, da bist noch du, deine Freundin, die die ganze Zeit hier hinterher rennt. Auf der Autobahn. Das heute auch so, war richtig genial. Spezialforschung, Meisterball. Das gab ja die ganze Zeit eine Spezialforschung, wie ihr euren zweiten Meisterball bekommen könnt. Wer die nicht geschafft hat, innerhalb von den 80 Tagen oder wie die drin waren, abzuschließen. Trainer, die befristete Studie während der Jahreszeit nicht abschließen konnten, können eine Spezialforschung erwerben, für die ein Meisterball als Belohnung winkt. Hm, erwerben. Das kauft man sich dann, aber wer die anderen hat, kann die sich nicht kaufen. Nur die, die die anderen nicht gemacht haben oder verpasst haben, können die kaufen oder kann die jeder kaufen. Dass also ihr den dritten Meisterball kriegen könntet, wenn ihr zwei gerade erspielt habt und eins euch kauft. Aber so wie es hier steht, sind das ja nur Leute, die das nicht abschließen konnten. Die können das dann erwerben. Die können also jetzt einfach sagen, ach, kein Bock Aufgaben zu machen, hier sind 5 Euro, geh mir den blöden Ball. So wirkt das dann wieder ein bisschen, aber für uns ist es wieder uninteressant, wenn ihr das gemacht habt. Event Boni, bis zu 5 Spezialtausche pro Tag. Auf dem Main hätte ich sowas richtig genial gefeiert, da habe ich ja jeden Tag einen Spezialtausch gemacht mit dem Legendären. Alle Legendären, die ich nicht als Sunderter hatte, habe ich jeden Tag gespezialtauscht, sozusagen. Beim Habanero, der macht gefühlt gar keine Spezialtrails, weil der braucht irgendwie keine, der braucht nichts, der hat nichts und mache ich mir gar keinen Stress mehr. Ich freue mich für jeden, der einen Main Account hat, dass er 5 Spezialtrails pro Tag machen kann, auch wenn ihr eure Glücksfreunde abarbeiten wollt. Ist das natürlich sehr cool. Zwei zusätzliche Bonbons beim Tauschen, wenn ihr also eine Trade Session machen wollt. Gerade wenn ihr bestimmte Pokémon noch als Lucky haben wollt und dann ganz viele sammelt. Also, ja, aber hat sich beim Habanero auch. Garantiertes XL Bonbon beim Tauschen für Trainer ab Level 31. Okay, und doppelte EP für gewonnene Raid-Kämpfe. Da ich ja nur noch den Daily Pass habe, ist das jetzt auch nicht so krass und wuchtig. Wer eine fette Raid-Tour vorhat, machen möchte, bei dem läuft es dann aber richtig. Befristete Forschung. Während des Events läuft eine befristete Forschung rund um Teamplay-Aktivitäten. Für den Abschluss der Forschungsaufgaben erhaltet ihr eine Lade-TM, ein Glücksei und ein Premium-Kampfpass. Begegnet Hisui Fukano und auch Waumbe mit Partyhut. Hisui Fukano, ja, Waumbe mit Partyhut. Wer noch keins hat, ist ja auch beides in Shiny möglich. Glücksei klingt gut, Kampfpass, Premium-Kampfpass klingt noch besser. Die Premium-Kampfpässe auf dem Free-to-Play-Account sind auf jeden Fall Gold wert. Wenn du doch mal zusätzlich was machen möchtest. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis. Mammolita, ach, Mollimorba meine ich. Was ist denn Mammolita? Ist ja dieser Fisch. Also Mollimorba, Monozyto, Bubungus, Philorikrogelquax, Ferculi, Mikrik, Barmo, Olimi und Blip. Blip, wir haben hier das Neueste von den ganzen Socken hier. Die Stardar sind wieder da von Paldea. Dann Mollimorba, Shiny, ja, Monozyto, Shiny. Das ist das Zeug, was ich alles zum Psychospektabel damals verpasst hatte. Jetzt auch nicht mehr braucht. Bubungus ist dann nochmal da, der auch sehr pervers aussieht, aber auch neu als Shiny dann drin war. Ja, sind. Wer noch Bonbons sammeln möchte für die Stardar, kann den natürlich gerne zuschlagen. Bei Parmo dachte ich immer, das wird richtig krass. Aber ist auch nicht so stark jetzt im Spiel, deswegen habe ich damit auch aufgehört. Ansonsten, ja, die Starter, die Starter, nutzt das. Die Starter kriegen irgendwann sowieso ihren C-Day. Vielleicht kriegt ihr jetzt schon einen Hunderter, was ihr dann später an einem C-Day mehr entwickeln könnt. Oder nutzt halt das jetzt schon mal für Bonbons. Raid-Camp, Raids der Stufe 1. Hisui, Fucano, Nasen, Ne, Lito-Miff, Klick, Ferculi. Klick gehe ich von aus, dass der auch sein C-Day bekommt. So wie Scheinux sein hatte und Praktibalk, weil das waren alles Pokémon, die eigentlich in einem Einer-Raid drin waren. Oder in einem 10-Kilometer-Ei. Aber nie wild auftauchen konnten. Und man immer raiden musste oder brüten musste. Aber die beiden C-Day schon hatten. Ich denke mal, Klick wird auch irgendwann sein C-Day bekommen. Vielleicht irgendwas im Winter auch mal, weil das ist ja Stahl. Wird bei Schnee geboostet und so. Würde passen. Ich sehe da jetzt nichts Interessantes dabei, aber vielleicht ein neuer Pokédex-Eintrag. Klick, wenn ich mal einen Klick-Raid mache, weil ich keinen Klick habe, kann man sich aber auch rübertauschen. Dafür sind ja die Spezial-Trades da. Raids der Stufe 3. Rizaros, Beliba, Gadevar, Ade, Boom. Rizaros, Bonbons, immer sehr gut. Rihonio, richtig toller Angreifer. Aber Terrakium in den Fünfern schmeckt natürlich. Terrakium einfach, guter Gesteinsangreifer und richtig krasser Kampfangreifer. Braucht aber zwei heftige Moves, die ihr teilweise natürlich über die Top-Lade-TM oder die Top-Sofort-TM geben müsst. Ich bin mir jetzt unschlüssig, ob ich Terrakium-Raids machen soll in der Zeit. Ich finde ihn schon cool. Aber es ist halt legendäre, kann ich gefühlt auf dem Free-to-Play nichts mehr mit anfangen. Vielleicht sollte ich auch jeden Tag Rizaros-Raids machen. So wie jetzt Ragoran, dann Rizaros für die Bonbons, um eine Rihonio-Armee hochzuziehen. Dann habe ich da mehr davon, als wenn ich am Ende ein einzelnes Terrakium habe, was dann 84 IV hat und ich dann 30 Bonbons habe und kann drei Power-Ups machen. Und es ist halt trotzdem irgendwie nicht so das Wahre. Mega-Raids, Mega-Kangama habe ich eins heute entwickelt. Das reicht mir. Ist kein gutes Pokémon. Braucht man nur für den Dex. Also was würdet ihr raiden im Event? Terrakium wahrscheinlich. Wer was anderes raided, sagt Bescheid. Gadavar hat ja auch seine Mega-Entwicklung. Ist auch interessant, aber gab es in letzter Zeit jetzt wieder oft. Pokémon bei Feldforschungen. Hisui, Fukano, Waume mit Partyhut, Nasen geniet, Molimorba, Monozyto und die drei Starter. Krogel, Quax und Felori. Es gibt Showcases mit Felori, Krogel und Quax. Dann gibt es wieder Pogemünzen, Boni und Spezialboxen im Go-Web-Store, aber das gucke ich mir sowieso nie an. Also ich freue mich auf die Showcases, seitdem ich die wieder machen kann. Momentan läuft der auch. Da bin ich mit Castella irgendwo drin, glaube ich. Muss ich mal gucken. Bis zum 19. Jetzt ist er 17. Läuft noch zwei Tage. Ja, also. Da gibt es kein Ticket. Ich kann zumindest nichts von dem Ticket rauslesen, aber also dann eine ruhige Zeit. Es wird aber diese befristete Forschung geben, wo ihr zusammen als Team arbeiten müsst. Muss ich mal gucken. Muss ich ja dann eigentlich zusammen ein Pupsi machen oder bei den Raids immer versuchen, Team-Code zu posten, dass da vielleicht jemand mit reingespringt und man da ein bisschen was abschließt. Ansonsten nicht so spektakulär, aber macht halt ein paar Raids, fangt ein paar Sachen so. Also konzentriert euch auf irgendwas. Was sind eure Ziele beim Team-Play-Event oder wie das heißt? Team-Arbeit. Beim Team-Arbeit-Event featuring Team-Play. Paldäa. Schreibt es in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.